Herzlich Willkommen in der Droge. Sie finden uns neben der Post. Wir führen eine grosse Auswahl an Naturheilmitteln, wie z.B. Simmelasane. Wir haben alle Schüsselersalz im Lager und wir mischen auch Frischpflanzentikaturen, die genau auf sie angepasst sind, damit sie die Beschwerden, die sie haben, am besten behalten können. Wir führen auch eine grosse Auswahl an Kosmetika. Wir haben Parfüme hier, verschiedene Haarfärbemittel. Weiterhin haben wir auch noch alles, was für die Pflege des Bebens und des Kindes braucht. Wir haben eine grosse Auswahl an Kindernarmitteln. Zusätzlich schauen wir auch dafür, dass ihr Haus schön bleibt. Wir haben alle Mittel zur Sachpflege hier, dass ihre Möbel, ihre Böder, ihre Fenster auch immer tiptop, was sie sehen. Als zusätzliche Dienstleistung haben wir auch einen Internet-Shop, wo sie alle Artikel aus der Droge bestellen können. Den finden Sie unter www.droge.ch Was ist das? Untertitelung des ZDF, 2020